Moin und was geht zu neuen Stadionvlog? Heute Austria Wien gegen SV Ried, ich freue mich schon mega drauf. Ich blende natürlich direkt hier die Einstellungen an. Ja, schaut ganz gut aus und dann würde ich sagen, sehen wir uns eben im Stadion wieder raus. Ich habe ein Abo abgenommen, das ist auch ein Abo abgenommen. Das ist auch ein Abo abgenommen. Das ist auch ein Abo abgenommen. Das ist auch ein Mitglied plus zwei. Hier ist es für euch aufgelistet. Ach, das ist auch ein apresent aller Kurz. Vamos in Body Ried, wen die sind aus dem Reifen, Ich wünsche euch jetzt alles für unsere unbeschönen Fahrten und alles für unsere Ausdürmer Wien. Ich wünsche euch jetzt ein paar Wien. Applaus 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 Die Siedlung nach uns ist die Strecke, die wir in den Zettel haben. Karel Friere! Ja! Oberflux 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12 Das war's für heute. Der schreckt das Elf für uns davor, oder? Der Spazierer! Die 78. Junge für die Minute! Tor für uns in Austria! Der Spazierer! Der Spazierer! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich habe mir dann noch heute den Conference League Schalke gekauft, weil ich den letzte Woche nicht mehr bekommen habe. So, ich bin jetzt wieder vom Stadion zurück, haben uns noch eine Pizza gegönnt, ich bin wirklich sehr zufrieden mit der Leistung in 3 zu 0, zweimal hintereinander zu 0 gespielt, ist wirklich sehr, sehr nice. Ja, wir sehen uns gleich wieder in zwei Wochen gegen Sturm Graz und dann bis dann, ciao. Bis zum nächsten Mal.